. . . Na, was ist? Wir haben es! Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Super-Set. Mit drei Wahnsinns-Spielen. Hier, Tetris und Super Mario Brothers und Nintendo World Cup. Super, super! Klasse Live-Action für vier Spieler. Haha, dann muss Nintendo 14 Millionen ausspucken. Das gibt's doch schon überall zu kaufen! Ja, das neue Nintendo Super-Set. Die Action-Welt von Nintendo.